Haben Sie eigentlich schon mal an Ihre Zukunft gedacht? Altersvorsorge? Sie kriegen nicht einen müden Rentenpunkt für Ihre Besetzung hier. Ja, da wären die Gesichter lang, wo die Gedanken kurz sind. Das ist schon hart. Aber ich hab da was für Sie. Privatvorsorge. Wie wäre es mit der Betriebsrente? Betriebsrente, die steht doch auch im neuen Koalitionsvertrag. Und Sie haben die große Chance einer der Ersten zu sein. Dann komm, ich erklär Ihnen das mal. Ist das der Wahnsinn? Wie machen wir das? Am besten vielleicht in einem kleinen Rollenspiel. Pass mal auf Betriebsrente, Privatvorsorge. Herr Sieber, ich würde sagen, in so einem kleinen Spiel, Sie sind der Sparer. Ja, wie kommen Sie jetzt da drauf? Nur so geraten. Und Herr von Wagner, Sie sind der Staat. Etat's de moi. Mutti bin ich. Und Herr Busse ist Rentner. Also irgendwas muss an mir sein. Aber Herr Busse, Sie sind nicht irgendein Rentner, Sie sind Herr Sieber in 40 Jahren. Mein Gott, ich hab mich aber echt nicht gut gehalten. Ist ja auch kein Wunder bei dem Ausgangsgesicht. Was bin ich denn? Herr Uthoff, Sie sind der Betrieb und bieten ab jetzt eine Betriebsrente an. Kostet das was? Nee, 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 keinen Cent. Sie erlauben einfach nur mir, mit Ihren Mitarbeitern Verträge abfließen zu dürfen. Weil's nicht mein Chef geht, wirkt das seriöser. Alles klar. So, machen wir mal anfangen, Herr Sieber. Was wollen Sie denn zurücklegen, alter Schwabe? Wie ich Sie kenne, würde ich mal sagen, maximaler Betrag, oder? Ja, das ist jetzt aber ein übles Klischee, du. Ja, ich kann nicht haben. Für Herrn Sieber, 4% vom Gehalt monatlich 40 Jahre lang. Und jetzt kommt der Clou, der Staat hilft auch noch mit. Dank Mutti, da sparen Sie, also da zahlen Sie weniger Steuern und weniger Sozialabgaben. Ja, Herr Sieber, ist Ihnen nicht gut? Nein, also fürs Alter vorsorgen und dann noch Steuern sparen, da kriege ich einen Orgasmus, du. Aber es kommt noch besser, ich packe auch noch was oben drauf, und zwar Zins und Zinseszins. Ich halte es nicht aus, du. Sehe Sie, wie überlegen die Privatvorsorge? Ja, ja, ja. Ach, gucken Sie mal, Norbert Blüh. Oh, wo ist das denn? Wo? Ah, der ist schon weg. Ach so. Oh, ruhig, ruhig, ruhig. Ja. Pass mal, Ihr Geld, das arbeite ich jetzt für Sie. Ah, sehr gut. Also Leute, es ist so weit. Ach so. Ich gehe jetzt in Rettung. Zahltag. Wir werden da zu. Also das kommt mir denn doch ziemlich wenig vor. Das ist ja viel weniger, als ich eingezahlt habe. Nein, 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 das täuscht aus der zeitlichen Distanz. Moment, das will ich mal in Zeitlupe sehen. Ja. 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 Nein, genau. Das wird bläh. Werden? Sie nehmen ja von jedem monatlichen Beitrag 20% für sich selber in die eigene Tasche. Das ist Diebstahl. Nein, nein, nein. Das sind Provisionen und Gebühren. Und was ist mit den versprochenen Überschüssen? Das sind freiwillige Leistungen. Aber Sie hängen es doch versprochen. Ja, das stimmt. Ich habe mich versprochen. Und was ist mit den garantierten Zinsen? Wie hoch sind die? Ja, die sind so um und bei Prozent. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das sind so ungefähr 1,5%. Was? 1,5%? Das langt ja nicht mal für Altersarmut. Das ist immer noch mehr, als ich hier habe. Als hätte da noch einer was weggenommen. Moment. Zeitlupe. Oiii Also sie stecken mit dem Bobb unter einer Decke Ach was, die Rente musste eben besteuert werden Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie fördern die betriebliche Altersvorsorge. Ja, die Vorsorge schon, aber nicht die Rente. Sie greifen in den Klingelbeutel. Beim Rausgehen, Hauptsache man hat gesehen, dass Sie vorher gespendet haben. Na, also das ist jetzt reine Polemik, aber absolut richtig, ja. Was soll das jetzt? Was ist das? Na ja, das sind jetzt Beiträge, Krankenkasse, Pflegeversicherung. Die müssen Sie auch zahlen, anteilig auch für Ihren Chef. Deswegen heißt es ja auch Betriebsrente. Also das ist ja totaler Beschiss, der Arbeitnehmer wird doppelt ausgenommen und der Arbeitgeber ist fein raus. Da wäre ich doch mit der gesetzlichen Rente viel besser bedient gewesen. Das ist reine Polemik, aber absolut richtig. Mit Ihnen habe ich keine Zukunft, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Okay, aber versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sage mal die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gota-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Viktoria-Versicherung oder die AWD. Okay, ich bin alle. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch. Herr Ottoff, Sie sind die Privatversicherung. So, wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Ah, dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel, so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Ach, Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten. Indem Sie sie ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG. Ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich, aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erst mal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem. Ihnen stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein, 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 nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DEA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns. Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus. Halten Sie sich fest. Die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes. Ja. Und zwar da, 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 da. Ja, ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so, die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja. Und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl. Bloß, Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte? Ha, Gerhard Schröder. Meuthal, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja. Der arbeitet doch für uns. Den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Sie haben ja noch den Maschmeyer. Dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi Baby, du machst es mal in vielen Zeitungen der Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes. Es funktioniert. Schröder wird Kanzler. Er montiert den Lafontaine ab und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sage mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, Entschuldigung. Ja, da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig. Der sitzt auch im Vorstand der AXA und bei der Gotha-Averse. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Der sitzt auch bei der Ergo und bei der Viktoria. Sehr schön. So, Ergebnis. Die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis. Die Rente muss um 25 Prozent runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25 Prozent runter. Das heißt, mehr Umsatz für Sie. Ach, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was? Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet. Die gesetzliche Rente zu kastrieren, kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay. Millionen in Vortragshonoran. Ach, was schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamte, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension, dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension und er hier, der hat die Ferris, so. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben Sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, Herr von Wagner. Ja, auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente, verstehen Sie, die alle einzahlen. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? 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 Ja, 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 ja. Lass uns die Fahne schwenken. Halt, moin, 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 moin. Halt, moin, 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 moin. Warum jetzt hier, äh, moin. Was denn? Warum jetzt bitte die ukrainische Fahne? Das ist nicht die ukrainische Fahne. Das ist die Fahne der deutschen Rentenversicherung. Ja. Sehr schön. Rentenmörder, Rentenmörder, Rentenmörder. Ah, ah, ah. Der Rentenmörder. Ist die Guillotine bereit? Ja, die Revolution kommt ins Rollen. Halt, moin, moin, moin. Wir brauchen noch einen charismatischen Anführer für unsere Sache. Ja, ja, ja. Vielleicht jemandem, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, ja. Was, den nehmen wir da? Ich weiß nicht genau. Könnten wir das nicht? Ja, ja, ja. Also, ich, ich stehe jetzt machen. Also, ich habe 20 Jahre, bin ich im Kabarett, habe ich auf die Fresse bekommen, wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück. Ja, ja. Aber da müsst ihr noch ein paar Wahrheiten ertragen. Das ist doch schlimmer als die Guillotine. Ach, cool. Nichts Guillotine. Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Ja. Ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Ja, das stimmt ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott, die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5 Prozent ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung 20 Prozent und noch mehr. Fui! Das ist ja nur ein bisschen über die. Ihr müsst doch die ganzen Brückekolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Fui! Und jetzt sage ich noch was. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre. Die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreformen, zwei Weltkriege. Das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Ihre Geschichte ist die Geschichte gebrochener Versprechen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Eine Frage. Sie, als alter Herz-Jesu-Marxist, könnten Sie uns übersetzen, was auf diesem Plakat eigentlich steht? Da steht, das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Da steht, die Rente ist sicher. Das war die Anstalt, heute besetzt von Mr. Timo, Norbert Blüm, Joachim Buscher und Timo Wupp. Das ist das propriet gauge. Die fremste Lesetzung gibt es am 29.no April! Applaus